Ja, dann denke ich, ich starte mal. Wir haben doch einige Teilnehmende, wir haben sehr viele Anmeldungen gekriegt, aber es ist ja Weihnachtszeit, der Weihnachtsmann hat vielleicht ein paar eingepackt, oder wir sagen in der Schweiz, sie haben ja diese Schmutzlis, vielleicht haben die ein paar abgeholt, weil sie eben nicht so menschlich führen, oder? Genau, darum geht es ja heute, Menschlichkeit im Unternehmen, menschliches Führen, wie wir das auch immer nennen. Ich muss zu Beginn sagen, es war gar nicht so einfach, ein paar Speaker, Referenten, Experten zu finden zu diesem Thema. Das ist vielleicht schon ein Zeichen, dass wir hier einen Handlungsbedarf haben, oder dass wir vielleicht den Begriff definieren, ausweiten müssen. Ich habe zwei Personen heute bei mir, den Hans Strobl und den Georg, recht herzlich willkommen, auch recht herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage nicht allzu viel über diese zwei Personen, weil die eine Person kenne ich ein bisschen besser, die andere Person kenne ich fast nicht, und es ist besser, wenn sie sich selbst vorstellen. Zuerst vielleicht kurz zum Georg. Den Georg habe ich kennengelernt auf einer Wanderung, eine Wanderung, ich nenne es mal so der Menschlichkeit, mit dem Gregor Sieböck, dem Weltenwanderer, der ja Wälder in Patagonien kauft, um sie zu schützen, weil er den einzigen Hebel darin sieht, sie selbst zu kaufen, die Naturschutzgebiete umzuwandeln, damit wir sie retten können. Und so habe ich den Georg kennengelernt als Gründer oder Mitbegründer dieser Ökonomie der Menschlichkeit. Du kannst dann gerne eben was zu dir sagen. Den Hans Strobl habe ich kennengelernt, ich habe ihn einmal kurz gesehen an einem Event, aber aus deinem Kreis heraus habe ich viele Menschen kennengelernt, die deine Philosophie, dein Verständnis zum Thema Führung teilen. Und das beeindruckt mich, beziehungsweise das stößt sehr stark auf meine Resonanz. Und deshalb freue ich mich, dass ich beide gewinnen konnte für heute. Ich habe wieder einige Fragen vorbereitet, die machen das wie immer sehr interaktiv. Und ja, die erste Frage natürlich an dich, Georg, ganz kurz. Stell dich doch vor, wer bist du eigentlich, was tust du, wie kommst du überhaupt oder wie machst du dir an? Hinten sieht man ja, Ökonomie der Menschlichkeit, sowas zu propagieren, bitteschön. Du müsstest noch dein Mikrofon einschalten, Georg. Wir hören dich nicht. Also der Georg hat da irgendwie ein technisches Thema. Hans, wir schwenken zu dir. Dann würde ich vorschlagen, wir starten mit dir. Das geht auch nicht. Stephanie, was haben wir für ein Problem? Ich schaue kurz, Moment. Ich glaube, irgendwer oder hat alle Teilnehmenden stumm geschaltet. Ja, ich schaue. Und dann, wenn du alle Teilnehmenden stumm geschaltet hast, hast du auch die beiden Speaker stumm geschaltet. Jetzt geht es, Stephanie. Jetzt geht es. Schalt doch alle frei am besten, Stephanie. So, jetzt haben wir das auch da. Super. Georg, bitte. Ich überlasse dir das Wort. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Bereicherung, Andreas. Berührende Begegnungen. Mein Name eingeblendet, Georg Diegruber. Einen Namen, den es in der Schweiz, glaube ich, nicht gibt. Und ich sehe immer wieder bei diesem Projekt, dass ich eigentlich einen ganz anderen Zugang habe. Ich habe aus einem schweren menschlichen Defizit herausgehandelt, habe viele, viele Lernerfahrungen in der Praxis erlebt und habe gemerkt, wie heilend das ist, Familie zueinander finden und habe immer schon das Ansinnen gehabt, es müssten eigentlich weise Menschen in unserem Land mehr zu sagen haben. Und 2017 war Gerald Hüther, der Gehirnforscher, ganz ein wesentlicher Impulsgeber, der gesagt hat, seiner Meinung nach wird die Veränderung über die Wirtschaft passieren. Nicht über die Zivilgesellschaft, nicht über die Schulen, sondern wirklich über die Wirtschaft. Weshalb? Weil die handeln müssen, sonst gibt es viele Unternehmer bald nicht mehr. Und dem sind wir gefolgt. Und da ist vor zwei Jahren aus bewusst gemeinsamem Leben die Marke Ökonomie der Menschlichkeit entstanden, weil uns sehr klar war, wenn, dann muss das auch noch eine außenwirkende Marke sein, eine selbsterklärende. Da gibt es Logotafeln, da gibt es einiges, wie man das Ganze sichtbar macht. Also wo man wirklich die Unterscheidung zu rein gewinnorientierten Unternehmen zeigt, wo man Zusammenhänge einfach verstehen möchte, zeigen möchte und auch in die Gesellschaft wirken. Und das ist unser Ansinnen, unser tieferes. Ja, Wirtschaft wirklich menschlich zu machen, das zu leben, es ist kein Marketinginstrument, sondern es ist schon ein wahrhaftiger Schritt. Und ja, da kann viel gelingen. Und es ist interessant insofern, weil es sehr viele Experten immer wieder gibt, sehr belesene Menschen. Unser Zugang ist ein sehr naiver, dass wir sagen, wir bringen ganz besondere Menschen zusammen und schaffen eine gemeinsame Wirkkraft in die Gesellschaft. Und diese besonderen Menschen, Unternehmer, die haben wir teilweise an Bord. Und jetzt geht es wirklich darum, aus diesem Prototypen in die Breite zu gehen. Und Gerald Hütter hat schon 2017 gesagt, er sollte nach Deutschland und in die Schweiz gehen. Und da kann wirklich was gelingen und das spüren wir auch zwischenzeitlich. Super. Vielen Dank, Georg. Dann schwenke ich gerne zum Hans rüber. Hans, bitteschön, ich habe euch in Wien gesehen, war ein großartiger Anlass. Hans, wirklich mit ganz wahnsinnig tollen Menschen, inspirierenden Menschen. An diesem Anlass wurde eigentlich nicht viel gesagt, sowohl habe ich schon eigentlich fast gar nichts gesagt. Und genau hier liegt ja auch die Kraft in der Stelle drin. Da kannst du dann vielleicht nachher noch was dazu sagen. Hans, bitteschön, stell dich kurz vor, wer du bist. Ja, mein Name ist Hans und ich finde es erstmal schön, mit euch gemeinsam Zeit verbringen zu dürfen. Und wir werden die Zeit gut nutzen gemeinsam, so hoffe ich. Zu mir gibt es nicht so viel zu sagen. Also ich bin die letzten 20 Jahre einfach klassisch ins Unternehmertum gekommen und wollte Geld verdienen. Das Leben hat mich dann gelehrt, dass das anscheinend nicht mein Weg ist. Vielleicht ist das der Weg von anderen. Das waren teilweise bittere Erkenntnisse. Was aber so schön ist, es hat mich jetzt zu euch gebracht. Es hat mich jetzt auch zu einer Tätigkeit gebracht, die mich irrsinnig erfüllt. Und das ist Menschen und Unternehmen dabei zu begleiten. Und da rede ich vor allem von Führungskräften. Aus ihrer eigenen Menschlichkeit zu agieren. Und das ist etwas, so wie ich es kennenlernen habe dürfen, was nichts Pauschales ist. Also ich kann nicht sagen, Andreas hat die gleiche Menschlichkeit wie Hans, wie Stefanie, wie Tobias, sondern jeder hat so einen eigenen Funken Menschlichkeit abbekommen, sozusagen. Und den mehr und mehr ins Leben zu bringen, das ist die Aufgabe, die ich jetzt auch im Rahmen der ITL, das ist die International Academy of Transformative Leadership, in die Welt einfach zu bringen. Und wir machen es eben ja, also ich kann dem ganz viel abgewogen nennen, was du gesagt hast, Georg, mit den Unternehmen, dass es über Unternehmen passiert, weil die haben auch eine finanzielle Notwendigkeit dahinter. Das heißt, die Menschen brechen jetzt weg, leider. Und jetzt gibt es was zu tun. Und egal jetzt, ob aus Proaktivität oder aus Verzweiflung, Unternehmer, Führungskräfte beginnen aufzuwachen, beginnen sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt die Good News, sozusagen. Gut, vielen Dank, Hans. Dann starte ich mit der ersten Frage an dich, Georg. Menschlichkeit ist ein sehr, eben, arg strapazierter Begriff. Ich habe heute Morgen noch schnell gegoogelt, da ist ja unglaublich, was da aufpoppt plötzlich. Und dieser Begriff wird sehr unterschiedlich auch definiert. Was verstehst du spezifisch unter dem Thema Menschlichkeit? Was beinhaltet das? Welche Qualitäten oder Kompetenzen, Fähigkeiten, Charakteristiken? Wie habt ihr das definiert? Wie erlebt ihr das? Ja? Jetzt wieder nicht. Ich weiss, Entschuldigung, ich weiss nicht, was das Problem ist, Georg. Ich versuche nochmal, dich freizuschalten, sorry. Ja, sonst schaltest du alle frei, Stefanie. Das geht dann sehr wahrscheinlich nur so. Habe ich eigentlich auch schon gemacht. Gut, Hans, ich schwenke wieder zu dir über, bis wir das technische Thema gelöst haben, hoffentlich. Menschlich, Hans, Thema Menschlichkeit. Was verstehst du darunter? Was versteht ihr? Und warum ist dieser Begriff überhaupt so ein Riesenhype im Moment? Das ist so eine wesentliche Frage. Danke dir dafür. Menschlichkeit ist für mich eben, wie gesagt, nichts, was für jeden Menschen gleich ist, glaube ich, sondern menschlich zu handeln. Und um das geht es ja letztlich, oder? Viele Menschen haben gute Vorsätze und bringen es aber nicht richtig ins Leben. Und für uns ist es einfach, für uns ist es essentiell, dass Menschen handeln. Und wenn sie handeln, auf eine bestimmte Art und Weise. Nämlich mit Liebe. Also das ist für uns das, was das darunterliegende, die allumfassende Qualität. Wir alle kennen es, uns macht nicht alles Spaß, was wir tun, oder? Und trotzdem darf ich es tun. Manchmal Hausarbeit, manchmal Unternehmen, das sind Tätigkeiten, die machen wir jetzt nicht so viel Spaß wie andere. Manche mag ich vielleicht gar nicht. Aber was ich als Mensch in der Hand habe, ist, wie ich das tue. Also wie ich Handlungen setze. Und ich muss etwas nicht lieben, um etwas mit Liebe zu tun. Und ich glaube, da beginnt der Weg auch. Das ist so ein banaler Satz, aber der kann unser Leben begleiten und ein Leben lang lernen. Was ist es gerade, was mich nicht aus der Liebe handeln lässt, oder? Das sind so die essentiellen Fragen. Und wenn ich das tue, werden automatisch diese Qualitäten, die in mir versteckt sind vielleicht noch, Qualitäten der Menschlichkeit, und da können wir dann von Qualitäten oder von Werten auch sprechen, wie mit Gefühl, oder einen achtsamen Umgang miteinander, oder was es auch immer sein mag. Die werden automatisch an die Oberfläche kommen. Die Menschen tendieren eher dazu, immer das Was, nach dem Was zu suchen, oder was könnte ich als nächstes tun, was für ein Job wird für mich passen. In Wirklichkeit ist das aber sekundär, oder was für uns wesentlich ist, wenn wir auch über Menschlichkeit und über Wachstum, über menschliches Wachstum sprechen, ist das Wie. Und das Wie ist eben dieser liebende Approach, sozusagen. Also ich versuche es zumindest. Mir gelingt es ja nicht immer. Überhaupt nicht. Aber ich darf mich wieder an der Nase nehmen, oder? Okay, Hans, irgendwo war da was mit Liebe. Und versuche es jetzt einfach einmal. Und auch liebend, mit sich selbst zu sein, also einen liebevollen Umgang zu uns selbst zu pflegen, uns dann nicht, nicht unser eigener Tyrann zu werden, sozusagen. Und das ist eine irrsinnig gute Voraussetzung, um diese menschlichen Qualitäten an die Oberfläche zu bringen, die bei jedem eben individuell sind. Super, vielen Dank, Hans. So, jetzt, Georg, ich sehe, du bist freigeschaltet. Das ist perfekt. An dich die genau gleiche Frage, die ich zuerst an dich gerichtet habe. Menschlichkeit, was verstehst du, was versteht ihr in der Ökonomie in der Menschlichkeit darunter? Das ist eine sehr tiefe Frage, auch insofern, weil es um Empfindungen geht. Und Empfindungen zu beschreiben, ist partout nicht möglich. Ich würde es so sehen, auch viele Gespräche mit Unternehmern, Unternehmerinnen, wir haben uns immer über die Person definiert. Gerade in der Wirtschaft hat das über viele Jahrzehnte ganz gut funktioniert. Und in diesem analytischen Zugang über Kampf, über Kontrolle, über Ausdauer, über Planung, also alle diese Werkzeuge, die jetzt noch an Wirtschaftsunis gelehrt werden, zumindestens bei uns in Österreich nach meinem Wissensstand, endet. Es geht jetzt richtig in diesem fühlenden Teil. Also wir haben zwei Hände und haben nur eine benutzt, würde ich einmal sagen. Und das Menschliche ist insofern im Kontext der Wirtschaft sehr fordernd, aus meiner Sicht, weil es sehr ungewohnt ist und weil, und das war für mich völlig überraschend, sich viele tolle Unternehmer selbst erniedrigen. Ich habe das Talent, irgendwo guten Zugang zu Menschen zu finden und ein sehr offenes Gespräch zu führen, also ein sehr menschliches, aus der Tiefe heraus. Und da kommen richtig Glaubenssätze und Situationen sehr oft, wo die sagen, ja, wenn es einmal nicht so gut funktioniert, zum Beispiel in einem Gastronomobilbetrieb, wenn das Essen einmal nicht so gut ist oder wie immer, dann kann ich der Ökonomie der Menschlichkeit nicht entsprechen. Und das Interessante aus unserer Sicht wäre, sich authentisch, ehrlich zu zeigen über die Rolle hinaus. Ein Mensch ist kein Roboter. Das ist ja gerade auch die Frage, glaube ich, in Zeiten wie diesen, was unterscheidet uns von der künstlichen Intelligenz? Und ich denke, das ist genau dieser seelisch-geistige Bereich, dieser Fühlende, dieser Ausdruck, Gefühle zeigen zu dürfen. Und da dürfen wir diese Glaubenssätze, die ganz tief drinnen sind, loslassen. Und ich sehe auch bei den jungen Menschen ist das absolut ermutigend. Die gehen mir in einen anderen Spirit hinein. Die machen viel mehr als die Ökonomie der Menschlichkeit als dieser Praxisprojekt. Ich habe richtig teilweise Unternehmer, die wollen alles wissen und alle Eventualitäten berücksichtigen und kommen nie an Bord als Mitglied, weil so vieles rational dagegen spricht, was sagen die Kunden, und was sagen die Mitarbeiter. Aber jene, die das tun, merken, wenn ich mich auf Menschlichkeit fokussiere, dann ist der wirtschaftliche Erfolg die Folge daraus. Und die haben weniger Mitarbeiterherausforderungen, die haben teilweise Touristiker, wo wir fokussieren, Tourismus zur menschlichen Destination zu führen und nicht zu einer nachhaltigen. Die haben eine Liste an unerwünschten Gästen. Die bekommen da kein Zimmer dort, weil die sagen, wir wollen eine gute Energie haben, wir wollen aufbauen, und wir sind auch den Mitarbeitern verpflichtet und da passieren ganz, ganz tolle Dinge und das sind die Leuchttürme, die Menschlichkeit schon leben und das versuchen wir zu einer gemeinsamen Wirkkraft auch in die Gesellschaft zu bringen und ich bin sehr, 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 sehr positiv, dass wir da jetzt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort auch mit ganz besonderen Menschen bei Sonnen sind und da vielleicht auch so eine Geburtsstunde zu feiern. Hans, finde ich ganz toll mit welcher Präsenz du auch kommunizierst mit der Achtsamkeit. Andreas, wir kennen uns und ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Runde und das ist für mich immer ein schönes Indikator, dass das ja menschlich zugeht und nicht persönlich. Super, danke, vielen Dank, Georg. Hans, ich schwenke zu dir über zu der nächsten Frage. Ich spiele ja immer den Teufelsadvokat. Ich bin ja fast mit allem mit euch einig, ich könnte ganz viel darüber erzählen, aber ich versuche auch ein bisschen die Polarität auszuloten. Im letzten Jahrhundert, 1900 bis 2000, nehmen wir mal diese Zeitspanne 100 Jahre an, haben uns die männlichen Werte groß gemacht. Das wird unbestritten immer wieder propagiert von vielen Top-Managern und Unternehmen. Das heißt, kommandieren, kontrollieren, korrigieren und so weiter und wir haben als Menschen auch viel erreicht. Einige, die jetzt nicht mehr unter uns sind, haben zwei Kriege miterlebt, grosse Kriege, es wurde wieder aufgebaut, dann kam die Automatisierung, es wurde viel entwickelt, grossartiges erreicht. Seit 2000 merken wir alle, in den letzten 10, 15, 20 Jahren passiert was. Eben andere Werte kommen zum Zug. Also nicht mehr das Automatisieren, Prozesse optimieren und so weiter, sondern eben das Menschliche. Hans, was denkst du, woran liegt das? Ist jetzt wirklich die Ära angebrochen, um neue, andere Werte dieser Menschlichkeit zu leben und warum überhaupt? Warum? Ich möchte, dass du ein bisschen diesen Sense of Urgency, diesen Leidensdruck hochpust, um aufzuzeigen, ja, das ist jetzt einfach notwendig, das ist jetzt entscheidend. Warum, Hans? Was denkst du? Danke. Ich kann das unterschreiben, was du sagst, ja, diese männlichen Werte, die haben uns dort hingebracht, wo wir jetzt sind und ob der Ort jetzt gut oder schlecht ist, das darf ja jeder für sich entscheiden. Ich glaube an so etwas wie einen größeren Plan, dass es immer auch Epochen gibt oder Zeiträume gibt, in die es den Menschen ermöglichen, gewisse Erfahrungen zu machen. Und so glaube ich, so hat das letzte Jahrhundert uns viel Erfahrung in der Materie beschert, aber, du hast das ja schon gesagt, Georg, zuvor, jetzt ist die Zeit und da ist absolut die Notwendigkeit gegeben, weil für mich persönlich ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen, als Menschlichkeit, kein Guter. Es passiert viel Konflikt, es passiert viel Zwischenmenschliches, das absolut nicht zuträglich ist, das nicht wachstumsfördernd ist, das nicht nur nicht-menschlich ist, sondern sogar unmenschlich ist. Aber es hat uns trotzdem zu diesem Punkt gebracht, an dem wir jetzt sind. Und jetzt ist einfach die Notwendigkeit gegeben, in Menschlichkeit zu wirken und das bedeutet nicht nur, also mag ja vielleicht der Begriff so suggerieren, dass es nur um den Mensch geht. Das glaube ich nicht, also menschliches Handeln inkludiert alles. inkludiert die Kreation oder die Schöpfung, in der wir auch leben dürfen, die wir nutzen dürfen, um Erfahrungen zu machen. Und deswegen wird es auch notwendig sein, eine Ausgewogenheit zwischen, oder jeder Mensch hat so beides in sich, oder nicht nur der Mann hat männliche Attribute, die er in sich trägt, oder Qualitäten, sondern über weibliche Anteile. Und jetzt darf einfach wieder das passieren, dass eine gesunde Balance in uns Menschen, egal ob Mann, ob Frau, wiederhergestellt werden. Also diese Reise beginnt in mir. Darum finde ich persönlich die Gespräche, die jetzt führen, werden Mann und Frau nicht so zielführend. das sind wichtig auch, aber zielführende wäre es für mich darüber zu sprechen, dass sowohl Männer als auch Frauen diese weiblichen Qualitäten mehr integrieren dürfen. Und das ist eben Mitgefühl. Da sind wir Männer genauso, sitzen wir genauso im Boot, mehr wie die Frauen, wie die sogar meinen jetzt einmal, weil du von Notwendigkeit auch gesprochen hast. Und das ist etwas, was wir einfach ins Leben integrieren dürfen, weil das jene Werte sind, die uns jetzt in diesem Jahrhundert voranbringen werden. Das letzte Jahrhundert war viel Materie, war viel Erfahrung in der Materie, jetzt wird viel Erfahrung auf der Gefühlsebene uns beschert werden, aber noch wichtiger auf einer ganz inneren Ebene. Wir in der ITL sagen der Chor dazu, das ist einfach das höchste Bewusstsein, das in uns Menschen vorherrscht. Und das zu erwecken und zu nutzen, das kann ich nur nutzen für was Gutes sozusagen, für was Positives, für Weiterentwicklung. Das ist das, worum es jetzt meines Erachtens nach geht. Schön. Björk, gleiche, ähnliche Frage an dich, Mitgefühl, Empathie, Achtsamkeit, zusammen etwas bewirken, ja, diese Werte, die eben einige decken, sie als weibliche Werte, wie Hans gesagt hat, da bin ich völlig seiner Meinung, ob Mann oder Frau, wir tragen beide Dinge, also in einer polaren Welt in uns mit. Was denkst du, warum ist es jetzt so entscheidend oder wird es immer entscheidender, diese älteren Werte, die sich lange etabliert haben und durchgesetzt haben, abzulösen, langsam abzulösen, schnell abzulösen, ja, da überlasse ich dir das Statement, was denkst du, warum ist das so entscheidend jetzt? Weil eine tiefe Sehnsucht da ist und sobald man ein bisschen in die Selbstreflexion geht und wir merken das ja an dem Projekt, es gibt noch viele Unternehmer, die wollen alles ändern in der Welt, nur nicht bei sich selbst, das ist definitiv die Zeit und ich kenne Unternehmer, die sind wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber menschlich nicht und diese beiden Komponenten zusammenzubringen, wo ich sage, wow, das Leben ist ein gelingendes Leben und ich bin auch wirtschaftlich erfolgreich, das folgt, die Wirtschaft folgt, das denke ich ist der Zeitgeist, Kurt Depper hat einmal in so einem Interview gesagt zum Thema Wirtschaft, war ich übrigens auch ein Schweizer, vom Denken in die Wahrnehmung zu kommen und das sagt für mich sehr viel, weil dieses Wahrnehmen, dieses Fühlen ist ein Parameter, ist ein Richtschnur, die uns in eine gute Richtung in dem Sinn bringt, für uns war die Herausforderung richtig, diesen menschlichen Teil darstellen zu wollen, was von der alten Wirtschaft belächelt wurde, weil sie gesagt haben, Menschlichkeit ist subjektiv, das kann man nicht sagen, wir haben eine Bilanz über die Wirtschaftlichkeit, die sagt alles aus, sagt nicht alles aus, die menschliche Bilanz sagt aus, wie ist der Spirit im Unternehmen und da haben wir ein Instrument gefunden, die zweite Bilanz, die wir erstellen über Menschlichkeit zeigt es in Freude, das gemeinsame Anliegen Absurdum in der Wirtschaft, die sagen, naja, das ist schön, aber es ist nicht da und das ist der interessante Punkt, denke ich, wir haben im Außen und Viktor Frankl und so und ihr kennt die ohnehin alle, das, was im Außen passiert, können wir oft gar nicht beeinflussen, aber das wie, wie geht er heran und das ist die ganz große Chance und wenn ich wieder erlebt, die da schon drinnen sind, wo du sagst, es geht gar nicht mehr um die Hardware auch in der Hotellerie, es geht einfach darum, dass ich sage, da bleibe ich und das ist analytisch nicht verstehbar, aber es ist wirklich der Spirit, bei uns gibt es so den Stangewirt zum Beispiel, ein großes Hotel, das ich völlig falsch eingeschätzt habe, wo richtig noch die Menschlichkeit da ist, die Einfachheit, die Verbundenheit, da ist der Bauernhof im Mittelpunkt, das ist eine grundbescheidene Familie geblieben, trotz des wirtschaftlichen Erfolgs, und das ist glaube ich auch die neue Kraft, die einen gewissen Magnetismus erzeugt, wo eben die Sehnsucht dann befriedigt wird, nach diesem Austausch, wir brauchen Füllräume, wir dürfen uns öffnen, ich glaube, wir dürfen uns mitteilen, wir dürfen uns zeigen, und das ist jetzt definitiv die Zeit, und ich merke immer in solchen Situationen, wo das gerade passiert, das befriedigt tief, das löst was aus, und dann glaube ich gibt es auch, was dir so wichtig ist, Andreas, stellen sich die Unternehmer die Frage, was möchte ich hinterlassen, warum bin ich denn überhaupt da, diese Lebenssinnfrage, es geht um viel, viel mehr, und da sind wir mittendrin, und ich will noch einmal sagen, in der Runde, ich erlebe das selten, dass ich mich wirklich so wohl fühle, weil ich ziehe mich sonst alle, die noch dabei sind. Danke vielmals Georg, du sprühst wichtig, ich kenne immer voll Enthusiasmus, du bist jetzt schon voll abgetaucht in die Ökonomie der Menschlichkeit, wunderschön zu sehen, und auch zu spüren. Hans, nächste Frage an dich, also, wir haben von Georg gehört, Sehnsucht ist da, wir spüren das ja alle, irgendwas wird sich ändern, irgendwas soll sich ändern, immer mehr Menschen, Unternehmer gehen auch diesen Weg, aber viele stecken noch so vielleicht mit einem Bein in dieser alten Welt und mit dem anderen schon in der neuen. Es braucht ja Mut dazu, es braucht Mut, ich weiss, das ist eigentlich eine Erfahrung, also, ich wurde geprägt, auch aus der Erziehung raus, immer mehr grösser, schneller, höher, das ist das Erfolgsprinzip, ist es leider eben, oder ist es nicht leider, sondern es ist es nicht mehr so. Wie können wir die Transformation fördern, unterstützen? Es gibt ja Menschen, die sind bereit, die möchten und die können die ja auch irgendwie abholen. Was denkst du, wo haben wir den grössten Hebel? Jetzt einerseits als Menschen, ich rede nicht mehr von Mitarbeitenden, sondern Menschen in einem Unternehmen, aber auch als Führungspersönlichkeiten. Wo siehst du den Hebel? Wo können wir ansetzen, um das zu unterstützen? Oder was tust du konkret oder ihr, um das zu fördern? Sehr gerne. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir beginnen, wirklich mit den Fingern nicht nach außen zu zeigen, sondern der größte Hebel ist, dass wir Menschen inspirieren und da meine ich, dass wir vorangehen als diese Inspiration und bei uns selbst anfangen. Das ist der erste menschliche Grundsatz, oder Just correct yourself. Also korrigiere dich selbst, Punkt. Dann ist einmal lang Pause, da passiert einmal gar nichts und dann kann ich einmal versuchen oder Ansätze bieten, dass andere sich verändern können. Und das ist eine ursächliche Führungsverantwortung auch. Also wenn wir das rein bekommen bei den Menschen, dass Führungskräfte mit Menschen, mit denen sie arbeiten dürfen, nur auch das verlangen, was sie selber auch bereit sind, zu geben. Also das ist ja verantwortlich, nicht Verantwortung abschieben, sondern selbstverantwortlich zu arbeiten. Oder noch einen Schritt weiter zu denken, Menschen einzuladen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Oder noch einen Schritt weiter zu denken, mir von meinen Mitarbeitenden sagen zu lassen, wo die Reise hingeht. Also ein komplettes Loslassen. Weil was wird das bewirken? Menschen werden automatisch verantwortungsvoller agieren. Nicht jeder, jeder möchte das auch nicht, aber ein Großteil. Das heißt, das fordert mich als Führungskraft total ein neues Vertrauen aufzubauen. In mein Team, in das Leben. Es fordert von mir die Qualität des Ertragens einmal zu entwickeln. Oder ich darf zuschauen und ich weiß, Entschuldigung, den Ausdruck in die falsche Richtung. Und trotzdem zuzusehen, aber liebenden Blickes, das zuzulassen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch diese Erfahrung zu tun, das ist ja wesentlich, nicht, oder? Wir tendieren immer vorher aus einem Reflex heraus die Dinge abzutreten. Nein, läuft nicht gut, stopp. Nein, übernehme ich selber wieder. Nein, kann der besser. Und so weiter. Aber wenn wir mitfühlend auf die Situation, auf die Menschen blicken, auch wohlwissen, dass es jetzt nicht das Ideale ist, was passiert, wird Wachstum passieren in diesem Augenblick? Wird Transformation? Transformation, das ist deine ursprüngliche Frage. Es wird Transformation passieren im Menschen. Und wenn der Mensch transformiert, kann er erst das Unternehmen transformieren. Da gibt es ein Missverständnis, das Wort Transformation wird ja ganz oft verwendet in der Businesswelt, oder? Ich transformiere das Unternehmen, Digital Transformation und, und, und. Vergessend, dass es nur Transformation, das ja eine Bewegung von innen nach außen ist bei Menschen, dass das nur beginnen kann, wenn zuerst der Mensch transformiert. Das Business folgt automatisch. Warum? Weil die Menschen die sind, die das Business machen. KI hin oder her. Wir, es ist eine menschliche Kreation, ein Business. Und wir haben in den letzten Jahren das oft beobachten dürfen, auch in unserer Arbeit, da waren so Kulturprogramme in Unternehmen, oder? Geht dann rein und erarbeitet vielleicht noch Kultur oder suboptimalerweise sagt, was die Kultur zu sein hat. Und nach ein, zwei, drei Jahren hat sich die alte Kultur wieder so ganz langsam durch eingeschlichen und das ist wie so eine Schattenkultur und eine Kultur. Und warum passiert das? Weil der Mensch vergessen wurde. Weil die Menschlichkeit vergessen wurde. und das passiert immer wieder. Und das ist nicht nur bei Kulturprojekten, das ist bei jedem Projekt. Wenn das Bewusstsein zuerst nicht initiiert wird in den Menschen, und das ist Transformation, es beginnt bei den Menschen, dann wird das Unternehmen dir das früher oder später auch sowas von einem Silbertablett präsentieren. Und das ist das Schöne, diese Reaktionszeit vom Leben oder auch vom Business, ist kürzer geworden. Ich mache etwas, was nicht ideal ist und das Unternehmen wird sofort reagieren heute. Früher hat das noch viele Jahre gedauert, heute ist die Reaktionszeit Gott sei Dank viel kürzer geworden. Also es sagt mir, Hans, das hast du gut gemacht, das ist was an der menschlichen Grundhaltung passiert, oder Hans, das war jetzt nicht ideal. Beides. Gut, ich hoffe, ich habe deine Frage so halbwegs beantworten können. sehr schön, danke vielmals. Georg, an dich gleiche Frage, den Hebel ansetzen, diese, ich brauche jetzt das Wort Transformation oder diese Veränderung anzustossen, zu unterstützen, vor allem auch bei Menschen, die etwas bewirken wollen und schon bereit sind, aber vielleicht eben der Mut noch fehlt, du hast ja gesagt, viele interessieren sich ganz großartig für das, was sie tun in der Ökonomie der Menschlichkeit, aber werden dann selbst nicht Mitglied. Wo denkst du, oder wo setzt ihr an, mit dem Hebel, diese Veränderung zu unterstützen? Einzuladen, ins Tun zu kommen, über das Tun, also ich lerne auch nicht Schwimmen in der Theorie, sondern über das Schwimmen und weil oft das Wort Mut fällt, ich erwähne öfters Gerald Hütter, weil das für mich ein feiner Lehrer ist, ist ein Geburtshelfer von uns und er hat lange Jahre gesagt, es braucht Mut und er ist von dem völlig weggekommen und er ist beim Vertrauen und wenn wir vertrauen in das Leben und das Leben unterstützt uns ja und das kennen wir alle, riesige Herausforderungen maximal grenzwertig in vielen Bereichen, oft einmal wirtschaftlich, wie es bei uns ist, aber es geht dann doch weiter, weil man eben vertrauen kann in den Wandel, der ja ohnehin in dem Sinn da ist. Also ich denke, wenn wir es wieder schaffen, dass die Ratio der Erfüllungsgehilfe ist und die Inspiration, wie bei allen großen Schöpfern auf dieser Erde, die da waren, die haben das alle nicht, Einstein etc. sagt ja, der Verstand ist ein Hilfsmittel und all diese Dinge. Wenn wir uns auf das einlassen und jetzt wirklich loslösen und das glaube ich ist die größte Hürde, was sagen meine Nachbarn, was sagen die Mitarbeiter, die Kunden, wenn man sich outet zur Menschlichkeit, es ist völlig absurd, wir sind Menschen und haben eine riesen Herausforderung, über Menschlichkeit zu kommunizieren, zu reden, es ist halt was Ehrliches, es ist kein Marketinginstrument, man kann das natürlich schon toll nutzen, Menschlichkeit findet Menschlichkeit, aber nur wenn ich es lebe und da unterstützen wir uns gegenseitig, da lagen wir ein, da gibt es Freudeabende, wo man Wissenstransfer macht und die Energie tut auch gut, weil man Dinge auch kommuniziert, die man sonst nicht macht, Unternehmer haben so Reflexionsgespräche teilweise überhaupt noch nie gehabt, weil sie am Schreibtisch sitzen und eine Entscheidung zu treffen haben, aber wo, wo kriege ich da die Inspiration und wir glaube, sollten endlich erkennen, dass es nicht um Konkurrenz, sondern um Kooperation geht, es ist nicht zu wenig, sondern es geht richtig darum, dass wir gemeinsam eine Wirkunft schaffen und das macht mich zum Teil schon traurig, dass Unternehmer, die sind nämlich die andere Seite, die sagen, ich bin höchst erfolgreich und wo ist da mein Nutzen bei dem Ganzen und wieso soll ich das tun und das ist zum Kotzen, Entschuldigung, weil es nicht mehr um den Unternehmenserfolg geht, wir gehen als Gesellschaft unter, wenn wir so weitertun wie bisher, wir brauchen Inspiration für die Jungen, Ermutigungen, es geht jetzt richtig um einen ganz großen gesellschaftlichen Auftrag und da können die Unternehmer eine ganz, ganz wichtige Rolle haben dabei und natürlich auch profitieren, weil wenn ich Teil des Ganzen bin, habe ich auch den Profit und da merke ich schon sehr oft, dass es noch sehr aus dem Verkopften, aus dem Engen, aus dem Eigenen heraus geht und das ist mein größter Wunsch, dass wir das loslassen und sagen, wie wollen wir die Gesellschaft in 15 Jahren sehen, wenn wir zum Beispiel einen Freudeindex machen in Österreich, also dieser Glücksindex von Putan war so ein bisschen die Basis und wenn wir jetzt in die Gesellschaft fragen würden, wie geht es uns mit der Freude, ich glaube, der wäre sehr niedrig und da wollen wir alle zusammenwirken, dass der nach oben geht und das ist für mich so alleine in das Ziel und da wünsche ich mir einfach viel mehr Dynamik, viel mehr Einlassen und ich habe auch solche Unternehmer und weil du gesagt hast, Andreas, es ist schwer, welche zu finden, ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit da habe, aber ich könnte auch von uns 10, 20 Unternehmen bringen, die das wirklich leben, die da wirklich drinnen sind, die das zum Ausdruck bringen, einen kennst du ja wie immer, Stefan zum Beispiel, der jetzt so toll an die zehnte Generation als Schneiderhandwerk übergeben hat, wo jeder sagt, Schneiderhandwerk hat keine Zukunft, völlig, völlig falsch, wir dürfen es nur neu erfinden, es darf ein tieferer Sinn drin sein und das zeigen diese Unternehmer und das ist richtig ermutigend und da brauchen wir jetzt noch mehr Medien, mehr Unterstützung, mehr Kommunikation, mehr Bühnen, Events, also das darf jetzt richtig in die Gesellschaft kommen. Genau, super, ich komme zur nächsten Frage, du hast es mir schon praktisch in die Hände gelegt, Gerhard, nämlich ein paar inspirierende Beispiele von menschlichen Unternehmen, ich möchte ganz kurz, weil du, das erwähnt hast, mit dem Stefan Wimmer anknöpfen, von einem anderen, es ist auch wieder ein österreichischer Unternehmer, erzählen und zwar vom Josef Zotter, oder ich war ja mit dem Daniel Albrecht, der ist übrigens heute auch dabei, kann ich dann noch am Schluss noch etwas sagen, auch zum Thema Bhutan, ja der Josef Zotter, ich kriege heute noch Gänsehaut, ich habe ihn ja mehrere Male getroffen und das ist schon ein Wahnsinns Unternehmer und so mit einfachen Dingen die Menschlichkeit herauszuschälen, einfach durch das Tun, wie du Georg beschrieben hast, oder ich meine, dann sitzen wir hier in diesem Kaffeebohnenlager, ich kann mich erinnern, und dann frage ich ihn, was bindet eigentlich deine Mitarbeitenden und Kunden und dann sagt er einfach so salopp, Transparenz, dann sage ich, okay, das kann jeder sagen, dann sage er zu mir, Andreas, schau dich mal um, was siehst du eigentlich und dann schaue ich mich so um und sage ich, worauf führst du eigentlich hinaus, also ja, schau doch mal, sind wir transparent oder nicht, und ich sage, ja, also, und ich weiss immer noch nicht, was er sagen will, und dann sagt er, schau, wir haben keine Wände mehr in diesem Unternehmen, wir haben nur noch Glasscheiben, wir haben alles ausgewechselt, ich bin transparent, ich rede nicht nur darüber, ich tue es, und dann, er sitzt im Keller und in der sogenannten Teppichetage sitzen seine Mitarbeitenden in der Administration und solche Dinge, das macht die Menschlichkeit und er muss niemandem beweisen, dass er jetzt der Größte, auch wenn er sehr groß gewachsen ist, er isst es einfach, weil es ausstrahlt, das finde ich so ein schönes Beispiel und natürlich, klar, jetzt könnte man sagen, er ist im Schokolade-Business, das läuft eh immer gut, zu Weihnachtszeit sowieso, die sind erfolgreich, aber wenn man schaut, wie er seine Mitarbeitenden an sich bindet, mit dieser wertschätzenden, sich, also diese Liebe, die er ausstrahlt und gleichzeitig aber auch mit einer unglaublichen schöpferischen Kraft, diese Innovation, und die kommt aus der Liebe zu sich selbst, behaupte ich, dann sieht man den Erfolg eines menschlichen Unternehmens. Hans, ich schwenke zu dir, kennst du einige Unternehmen, die so funktionieren oder die eben diese Transformation oder diese Veränderung schon gemacht haben, das denke ich, wäre sehr inspirierend für uns. Ja, super, danke. Ja, die kenne ich in der Tat, also ich darf einige, einige begleiten, was meine Erfahrung damit ist, das hört nicht auf, das Ding, oder? Das Ding Transformation, das dreht sich immer weiter, also ich könnte nicht behaupten, jemand, jemand hat das durchlaufen, weil ich sehe die alle in einem wunderschönen Prozess und ich sehe auch kein Ende darin und das ist auch das Befreiende, oder? Also ich muss nirgends ankommen, weil wir haben gelernt, oder? Ich bin selber Betriebswirt, ich habe erklärt in meinem Studio, irgendwann, du brauchst ein Ziel und dann bist du angekommen und Transformation, wenn man so will, das befreit dich, befreit dich von dem Ziel, du darfst immer weiter wachsen, das ist das Schöne. Ich rede vielleicht zuerst ein bisschen aus unserem Unternehmen, wenn das okay für dich ist. Bitte, ja, bitte. Also von der IETL, wir probieren uns ja aus, wir versuchen da Dinge und was so das Wesentlichste, die wesentlichste Erkenntnis für uns war, ist, dass selbst wir, die geglaubt haben, wir teilen uns eh so mit und das, was wirklich in uns ist und wir drücken uns aus als Menschen, dass es selbst hier nicht der Fall ist und dass das einer der größten Hürden heutzutage für mentale und emotionale Belastungen ist. Das heißt, wo wir uns ausprobieren, gerade ist dieser Ausdruck, wirklich dieser zutiefst menschliche Ausdruck, wo ich eine emotional sichere Umgebung schaffe, in der das auch möglich ist und da einfach bin und zuhöre. Weil, ich kann nicht sagen, oder, die Menschen, das ist der Hans privat und das ist der Hans als Unternehmer, es gibt nur einen Hans, Punkt. Das ist mir so der Wunsch, in der Firma bin ich so und daheim da. Natürlich nehme ich die Themen von zu Hause mit in die Firma und vice versa. Und das ist aber wie im Kleinen so im Großen, das ist dann bei einem ganzen Team oder bei einem ganzen Unternehmen. Und was die mitbringen, ist sehr viel emotionaler Stau, weil Menschen diese Möglichkeit nicht mehr haben, sich eben in der Tiefe auszudrücken. oder da gibt es in Österreich, sagen wir das zumindest, sich etwas von der Seele zu reden. Kennen Sie das? Also ich, ich spreche drüber und ich erfahre dadurch Erleichterung. Und das ist so wenig passiert in den letzten Jahrzehnten, auch viel runtergeschluckt, weil es einfach nicht, sich so nicht gehört, nicht attraktiv ist in Unternehmen, nicht sein darf. Und das wurde unterbunden und auch in Familien. Und wenn ich emotional was unterbinde, dann wird es langsam mental und irgendwann wird es körperlich. Und wir wissen, oder, die WHO prognostiziert uns und alle, leider, alle Zahlen sprechen dafür, dass 2030 mentale Herausforderungen Nummer eins der globalen Volkskrankheiten sein wird. Und wenn wir jetzt diesen emotionalen Ausdruck, noch einmal auf das Beispiel zurückzukommen, leben, dann verringern wir quasi diesen Berg in uns, es werden weniger Gedanken angezogen, die negativer Natur sein und auch die körperlichen Beschwerden werden abnehmen. Und das ist fantastisch und das ist so was Simples, oder? Red drüber. Nein, ist zu einfach. Das tun wir eh, das machen wir eh alle bei uns im Unternehmen. Das heißt, das wird der Standard sein. Aber das ist das, was wirklich Transformation fördert von Unternehmen. Warum? Weil es in die Tiefe der Menschlichkeit geht. Also es gibt auch, ich betreue auch ganz große Unternehmen, also wirklich so Konzerne und auch die, ich kann da jetzt keine Namen nennen, aber nur als Beispiel. Das sind Konzerne, die die Abertausende oder Zehntausende Menschen einen Arbeitsplatz schenken. Und wenn du von außen drauf schaust und auch wenn du Gesprächen lauscht von Managern dort, das ist wirklich ein hartes Umfeld, also knallhartes Umfeld. Und jetzt könnte man sagen, ja, der transformiert nicht oder das ist dem Untergang geweiht sozusagen die nächsten Jahre. Und trotzdem seht du auch Licht bei denen. Warum? Weil es einzelne Menschen gibt, die, du hast vorher von so Lichtsäulen, oder wie hast du das genannt? So die Leuchtfeuer, oder so hast du das glaube ich genannt, oder? Die wirklich als Leuchtfeuer in den Unternehmen agieren. Und die haben so eine Kraft und die Kraft unterschätzen wir, wenn es einer wirklich ernst meint bei Transformation. Und das Unternehmen zum Beispiel, das hat so über 50.000 Mitarbeiter und da kenne ich ein paar, da darf mit ein paar Managern arbeiten. und ich weiß, dass die so eine Strahlkraft haben, dass jedes Wort Gewicht hat, das die sagen, dass jeder Gesichtsausdruck kopiert wird, oder Dinge legitimiert im Unternehmen, oder Inspiration wird für Mitarbeitende. Und darum bin ich auch überzeugt, dass diese Unternehmen bereits in Transformation sind, obwohl man nicht sagen würde, von außen, das ist jetzt nicht so unbedingt das Best Practice Beispiel, wo das ganze Unternehmen von ganz oben quasi alle Ebenen durch Transformationsprojekte macht. Ist es nicht. Und es ist egal, weil manche Menschen darin diesen Weg quasi beginnen zu gehen. Heute schon vorher gehört, dieses Tun ist so wichtig. Und meine Erfahrung ist, es ist egal, ob das Top-Down vollzogen wird, oder ob einzelne Leuchtfeuer entstehen. Die Leuchtfeuer sind im Normalfall so stark, wenn sie bleiben, dass das ganze Unternehmen mit transformiert wird. Denn wenn ein Mensch oder Systemik ganz einfach dreht sich ein Rädchen, müssen sich die anderen mitdrehen. Die drehen sich vielleicht langsamer, wir sind vielleicht ungeduldig, wir sehen es vielleicht nicht morgen, aber wir sehen es übermorgen und überübermorgen die Veränderung. Und das macht mich ehrlich gesagt sehr, sehr hoffnungsvoll. Super, vielen Dank. Danke. Entschuldigung, das war jetzt lange. Ich kann nur auf die Zeit, ich möchte nicht unhöflich unterbrechen, unterbreche ich trotzdem, dass ich dem Georg auch noch das Wort geben darf. Georg, vielleicht ein Beispiel, ein inspirierendes Beispiel. Du hast ja vorhin eins erwähnt oder vielleicht ein anderes von einem menschlichen Unternehmen, das diesen Weg geht, auch natürlich finanziell sehr erfolgreich, weil letztlich leben wir immer noch, sage ich, in der dreidimensionalen Welt. Wir dürfen alle essen, wir dürfen wachsen, wir dürfen auch Profite schreiben, Menschen Arbeitsplätze ermöglichen, was ein wunderschönes Geschenk ist. Also diese Komponente ist wichtig, aber es gibt eben ganz viele Beispiele, die gerade aus dieser Menschlichkeit noch viel höhere Profite schreiben. Georg, ein Beispiel, ein inspirierendes, so ein bisschen zum Abrunden, bitte. Gerne. Hans, noch kurz, ich bin ganz, ganz dankbar, aus der Wertung zu gehen. Österreich ist sehr klein strukturiert und oft sagt man, die Großen sind die Bösen, überhaupt nicht. Also das ist, ich glaube, Menschlichkeit verbindet und wenn man das leben, wäre wichtig. Naja, Beispiele, ich nehme eins im Tourismus, ein scheinbar unnormales Hotel bei uns im Salzburger Land, Sauchensee, Salzburger Hof und ich habe immer gehört, ich wohne in der Gegend, mit dem Sebastian musst du mal reden und ich dachte mir, was haben die alle von dem und ich habe ihn angerufen, habe einen kleinen Termin gekriegt, was in der Hotellerie nicht selbstverständlich ist, weil die oft sehr, sehr gefordert sind zeitlich und mir war dann sehr klar, wieso mich alle zu dem schicken, der kommt von einem Bauern, ist ein grundbescheidener Mensch, ihm ist Familie wichtig als Ursprung, als Quelle, er schätzt es weiblich, seine Partnerin ist ganz entscheidend wichtig. wenn du in den Hotelbewertungen schaust, super tolle Küche, das agiert einfach auf Augenhöhe, er gibt potenziale Kompetenzen ab an die Leute, das ist zwar ein kleineres Hotel mit 35, 40 Mitarbeitern, aber dennoch, er begleitet das eher, er schaut zu, auch wenn es nicht so gut läuft, er greift da nicht unmittelbar ein, also das sind viele Komponenten, die für mich sehr viel mit der Natur zu tun haben, und wie gesagt, in den Hotelbewertungen schreiben die Leute dann, ja ich weiß eigentlich nicht genau, was es ist, der Zauber dieses Hauses, aber ich fühle mich so wohl, und sie haben eine super tolle Küche, und eins auch noch bezeichnen, wir haben vor kurzem, vor einer Woche, so einen Workshop Eisbaden gehabt, wo es um Atmung geht, Wim Hof, und der war dabei, und der war nicht nur er dabei, sondern der hat eben den Küchenchef und der Rezeptionistin klingt vernetzt, verbindend, und er ist, er betont auch immer, er konzentriert sich auf das Menschliche, dass es allen gut geht, und der wirtschaftliche Erfolg folgt, und der folgt auch bei ihm, und das hat nicht mit Mut irgendwas zu tun, sondern ganz, ganz viel mit Vertrauen, und eines hätte ich noch ganz gerne eingebracht, weil es mir so sehr wichtig ist, ich habe das Buch geholt, Joachim Bauer, Realitätsverlust, die virtuelle Welt, Transhumanismus, die ist in enormen Vormarsch, in gigantischen, mit Geldern, also mir ist einmal eine Woche ganz, ganz schlecht gegangen, und meine Frau hat dann gesagt, löst dich wieder von der Geschichte, weil es da wirklich um die Transformation in eine virtuelle Welt des Lebens geht, und wenn es wir schaffen, und das ist auch ein Thema der Ökonomie der Menschlichkeit, diese Begegnungsräume zu erhalten, die Ladengeschäfte, die Gastronomie, das ist alles ein unwiederbringliches Kulturgut, dass man viele Begegnungen hat im realen Bereich, dann kann in dem Sinn was gelingen, und dann haben Kinder mehr Erfolgserlebnisse in der realen Welt wie in der virtuellen, und dann kann wirklich in dem Sinn was gelingen, aber wir haben nicht mehr, ich meine es ist alles so gut wie es ist, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, es geht jetzt richtig um eine gemeinsame Verantwortung, dass wir da aktiv werden und irgendwas aufbauen, über Jahre oder Jahrzehnte, Hans hat gesagt, es geht alles viel schneller, viel effektiver, und zu Josef Zotter, ich kenne ihn auch ganz gut und ich habe schon tolle Gespräche gehabt mit ihm, ich würde mir eines wünschen beim Josef, dass er aus dem operativen Geschäft heraus geht und richtig als ganz strahlender Mentor wirkt, wo er Zeit hat, weil es ist nur die Zeit, der Raum, das ist eigentlich die größte Hürde und ein riesiger Leuchtturm, ganz, ganz klar. Super, danke, vielleicht noch ein Wort zum Josef Zotter, ich denke, sein großer Erfolg ist genau darauf begründet, dass er nicht aus dem operativen Geschäft rausgeht, warum, weil er lebt wirklich seine Berufung, er sagt ja, unter diesen 270 Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, gibt es eine Produktionsentwicklung, eine Produkteentwicklung, Forschung und Entwicklung und er ist die einzige Person, die da drinsteckt, weil er sagt, das ist meine Passion, das ist mein Hobby. Ich bringe noch kurz ein Beispiel von meiner Seite, und zwar einfach aus einem Grund, weil diese Person heute hier unter den Teilnehmenden ist und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet und er sitzt dabei drin und deshalb möchte ich das kurz erwähnen, eben die Menschlichkeit. Ich rede von Dani, ihr seht ihn irgendwo auf diesen Kacheln, Daniel Albrecht, Skiweltmeister von 2007, die Österreicher kennen ihn noch ein bisschen besser, 2009 ganz schwerer Unfall in Kitzbüh bei seiner Trainingsabfahrt. Daniel, sein Erfolgsrezept, wenn ich ihn zitieren darf, ist immer mit Leichtigkeit, die Liebe zu sich, selbst leben, einfach sich selbst zu sein. Mit fünf traut sich doch dieser Kerl in der Schule schon zu sagen, ich werde Skirennfahrer vom Beruf. Und alle seine Lehrer sagen, geht nicht, gibt es nicht. Er hat es bewiesen bis zu dem Tag, wo er dann, wie er selbst sagt, so zum ersten Mal so richtig unter der Fremdbestimmung war, nicht mehr authentisch gelebt hat und dann mit viel Druck diesen überdimensionalen Sprung geschafft hat mit ganz tragischen Folgen dann. Dani ist wieder auf dem Weg zu einem diesem Higher Purpose, sage ich, Hans, wie du es erwähnt hast, diese höhere Sache, im Dienst einer höheren Sache zu stehen, das ist ja sehr spirituell und da bewegen sich aber auch immer mehr Manager dahin. Die höhere Sache ist mit seinem Campus B, den er jetzt dann gründet, Kindern zu helfen, einfach zu sein. Deshalb heisst es Campus B, to be, einfach zu sein. Wie du es, Hans, Georg, erwähnt haben, jeder Mensch ist vollkommen und in dieser Vollkommenheit einfach drin zu bleiben, wir sind alle perfekt geboren, es gibt nichts zu korrigieren und dann wird es, das ist mein Zitat, rausgeprügelt und ja, dann kämpfen oder holen wir es langsam wieder zurück. Also mit dem Weg in diesen Campus B, Dani, sind wir auch daran, jetzt eine Reise zu organisieren ins Königreich des Glücks, das hast auch du, Georg, erwähnt. Wir werden die Königsfamilie treffen in Bhutan, wir werden den Premierminister treffen. Der Tourismusdirektor hat sich auch schon angemeldet, als er gehört hat, dass der Dani kommt, als ehemals Ski-Weltmeister, wollen wir jetzt ein Skigebiet geboren, was wir sicher nicht zulassen in diesem wunderschönen Land, gilt überhaupt nicht. Und wenn ihr Interesse habt, den Dani zu begleiten, diese Reise ist ausgeschrieben, ihr findet den Link auf dem Internet, dann seid ihr recht herzlich eingeladen, es ist eine sehr exklusive Reise in ein hochspirituelles Land, eben welches diesen Glücksindex verkörpert. In diesem Zusammenhang mache ich noch darauf aufmerksam, dass wir dann Ende Mai nächsten Jahres mit unserem Programm Inspiration Leadership starten, um wirklich Menschen und Unternehmen in ihre volle Grösse aus diesem authentischen Kern, aus der Liebe zu sich selbst zu bringen, mit, sage ich, wirklich einzigartigen Methoden. Wir wenden ja pferdegestütztes Training an, wir haben Business-Yoga drin, wir gehen sehr stark in die emotionale Ebene und so weiter, mit tollen Menschen. Und wenn ihr interessiert seid daran, ihr findet mehr Informationen auf unserer Webseite. Hans und Georg, vielen Dank für euer Engagement. Es hat mich sehr gefreut, eure Energie zu spüren. Georg, deine sowieso, wie immer, ein Feuerwerk. Da sprudelt es mit viel Wirkungskraft, Schaffungskraft, Strahlkraft. Vielen Dank. Hans, dir ohnehin, du steckst in einem wunderbaren Umfeld mit Menschen, von denen ich einige kenne. Und ich danke vielmals für euer Engagement. Und wir werden uns wiedersehen. Vielen Dank an alle anderen. Ich wünsche euch jetzt schon schöne Weihnachten, besinnliche Zeit. Der Georg möchte dann noch was sagen. Überlasse ich dir noch ein Schlusswort. Auch Hans, du darfst noch kurz was sagen. Wir haben noch ein paar Minuten Reserve, die ich mir immer vorbehalte. Bitte, Georg. Ich danke euch herzlich. Und ein Hinweis, das war ein großer Wunsch, ist öfter die Runde gegangen. Wir werden sehr wahrscheinlich im kommenden Herbst eine Bodensee-Runde starten und Deutschland-Schweiz eröffnen. Und indem da viel aus all der Gegend kommt, könnte das ein Highlight in 2024 werden. Genau. Und wandern hoffe ich, das ist immer inspirierend, miteinander zu Fuß unterwegs zu sein. Hans, auch du noch kurzes Schlusswort, bitte. Ja, mein dreijähriger Son, der hat mir vor drei Tagen was gelernt, nämlich, dass das Christkind die Liebe bringt. Und das würde ich euch gerne weitergeben, dass wir das nicht vergessen jetzt in der Adventzeit. Also es ist die Zeit der Liebe und es gibt kein besseres Trainingslager wie das Leben. Und nutzen wir diese Adventzeit, die Dinge, die wir tun, mit Liebe zu tun. Das wünsche ich uns allen. Alles Liebe euch. Vielen Dank. Wünsche euch allen auch. Bis bald. Tschüss. Eine sehr schöne, besinnliche Zeit. Tschüss. Ciao. Danke.